Jo, was geht Leute, hier sind die Pithons und Stars, die Gewinner des diesjährigen Battle of the Year Nationals. Wir wollten nochmal ein kurzes Statement loswerden zu den Battles. Es ist natürlich eine Menge Energie in jedem Battle, jede Crew kämpft um den Titel, jeder will gewinnen, jeder gibt sein Bestes. Wichtig dabei ist, den Tänzer natürlich austanzen lassen, die Regeln respektieren, sich gegenseitig respektieren und das Wichtigste dabei, Spaß zu haben. Wenn mal ein bisschen was, ein paar Aggressionen oder Emotionen stärker werden, dann ist das ganz normal, das kommt vor. Man muss nur vernünftig damit umgehen und danach wieder cool sein, unchecken und uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. So ist es. Yes, wir sehen uns am 19. beim Battle of the Year International, wir haben auf jeden Fall was für euch im Fettung. Falls ihr noch keine Tickets habt, holt euch Tickets, wir sehen uns dort im Braunschweig. Peace and Peace and Peace and Peace and Peace and Peace and Peace.